Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, der Whisky-Wikinger, zusammen mit meinem Whisky-Padawan Paul. Wir sind hier am wunderschönen Strand in Gönn beim Wikingerfest, was der Germane veranstaltet und haben euch heute nur zwei Samples mitgebracht. Als erstes möchten wir ein Benry 18 Jahre verkosten, abgefüllt mit 43 Volumenprozent, nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert und so wie ich das verstanden habe, handelt es sich bei diesen Benry 18 Jahre um ein Waiting aus Bourbon und Cherryfässern. Wie die im Verhältnis zueinander stehen, kann ich leider nicht sagen, gibt es auch keine Angaben. Schön ist auf jeden Fall, dass er nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert ist und wir haben hier im Glas einen schönen, satten Goldtot. Dieser Benry 18 Jahre, schlag mich jetzt nicht tot, müsste um 2017 herausgekommen sein, als sie die Core Range umgestellt haben, noch unter Billy Walker. Mittlerweile, durch den Weggang von Billy Walker und das Zubkommen von Rachel Beryl, haben sie die Standard Range wieder umgestellt. Diesen zehnjährigen gibt es aber in der Großflasche immer noch zu kaufen, liegt preislich so bei um die 40 Euro. Für nicht gefärbt, gekühlfiltriert und ein Waiting aus Bourbon und Cherryfässern finde ich schon mal gut. Also, wenn es ein Finish wäre, denke ich mal, wird es hier drauf stehen. Benry 18 ist eine Spaceside Distille, Schwester Distille von Clendronach. Clendronach ist ja berühmt für ihre Sherry-Fassreifung und Benry 18 und der Billy Walker für ihre Woodfinish-Serie. Da waren ganz tolle Sachen bei. Benry 18 macht auch schönen, rauchigen Whisky. Hier haben wir aber einen anbietet und das, was ich in der Nase habe, ist neben eine schöne Vanille auch gleich so einen Apfel. So ein reifer, mehliger Apfel. In Verbindung mit der Vanille wirkt der ziemlich süß. Ja. Aber ich finde nicht unangenehm, also wirklich. Ne, das ist gut, ne? Also von der Nase her. Nicht wahnsinnig komplex, das nicht. Befordert einen auch nicht, hat aber auch bloßigen Jahre. Neben der Apfel-Note habe ich jetzt auch, ja, so eine Orange. Die eigentlich gut mit den Apfeln und der Vanille harmoniert. Aber nur sehr leicht. Sehr leicht. Ja. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, ob das wirklich einen Sherry-Fassanteil hat. So von der ersten Nase her hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö. Also der Sherry-Fassanteil hier in diesen Benry 18 Jahre scheint sehr gering zu sein. Also keine typischen Sherry-Aromen wie Datteln, Feigen, Pflaumen oder sowas. Hat auch nichts Dunkles. Er wirkt sehr hell. Sehr frisch. Ja. Sehr fruchtig. Und sehr fruchtig, ja. Und fruchtig eben auf so einer hellfruchtigen Seite. Wie Apfel. Gleich auch eine Spur Birne. Leichte Orange. Ja. Wollen wir mal gucken, was er am Gaumen sagt. Ja. Dann machen wir das. Flansch. Flansch. 43 Volumenprozent. Haben ordentlich Kraft. Schieben die Aromen nach vorne. Und am Gaumen habe ich eine ganz präsente Vanille. Ja. Die... Ja, doch. Die ist sehr schön. Die Vanille. Die Orange habe ich jetzt auch. Sehr deutlich. Leichte Zitrusfrucht, ich denke. Ja, genau. Ich kenne jetzt auch eher in Richtung Zitrus in so Zitrone. Ja, das ist ja letztendlich ein Zitrusfrucht, aber mir etwas dunkler, oder? Oder ist das? Neuer Lager. Da Apfel. Hm, so bedunken hinten raus. Was ich nicht habe, ist eine Eiche. Also keine Bitterkeit, kein Holz oder sowas, ne? Nein, nein. Das hat er gar nicht. Eine leichte Pfeffrigkeit an der Zungenspitze. Oh, jetzt kommt die Sonne raus, Paul. Ne, wir haben hier... Endes Wochenende ist eigentlich Regen, Sturm, Gewitter angesagt gewesen und jetzt kommt so die Sonne raus. Jetzt sind wir aber nicht böse. Nein. Perfekt zum Video. Genau. Also Fazit her. Ein schöner süffiger Whisky, der mir sehr gut gefällt. Gerade wegen dieser Vanille und am Gaumen diese starke Orange, die sich wirklich lange hält. Also vom Abgang her nicht kurz, sondern eher mittellang bis lang. Keine Eichennoten. Und ich finde ihn gefährlich süffig. Ja. Also das ist wirklich so ein typischer Lager-Whisky. Also wie gesagt, nichts Komplexes, nichts irgendwie Hochtrabendes, nichts was einen überfordert. Aber lecker und schön zu trinken. Und wenn es den so viel bis 40, 42 Euro gibt, würde ich für den eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Der ist gut. Ich hatte den vorher noch gar nicht gehabt. Ist quasi mein erster Eindruck. Und so viel kann ich euch sagen. Das wäre so einer, den ich mir in die Bar stellen würde. Ja, ich auch. Das ist wirklich mein Geschmack auch. Ja, ne? Ja. Da freut mich, dass er dir gefällt. Mir auch. Ja, in dem Sinne, dann lasse ich euch in die Arbeitswoche. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Impressionen hier vom Strandlager in Görn einfangen. Wisst ihr ja, wahrscheinlich auch vom Kampf oder sowas. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Lager. Müssen wir mal gucken. In dem Sinne, euer Paul und euer Ansgar. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gerade ein schöner Treffer von Bogenschützen, ist auch immer nicht so einfach für die. Und immer zwei Trefferpunkte, egal ob Schwert, Speer, Buch, alles. Musik 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 Vielen Dank.